ER-Diagramm übersetzen mit SQL Teil 2. Heute modellieren wir die Entitätstypen und Attribute aus dem OML-Diagramm mit dem Pferdebeispiel. Bei SQL gibt es mehrere verschiedene Konventionen, daher müsst ihr selbst nachfragen bzw. wissen, ob ihr die Befehle nur in Großbuchstaben oder in Kleinbuchstaben schreiben sollt bzw. wollt. Ab hier schreibe ich sie nur noch klein, da es einfach weniger Aufwand ist. Dazu erstellen wir erst die Datenbank Bauernhof mit dem Befehl createDatabaseIfNotExistBauernhof, wie in vielen Sprachen am Ende ein Semikolon dahinter. Die Zeile useBauernhof sagt, dass wir die Datenbank Bauernhof benutzen wollen, sonst wüsste das Programm nachher nicht, welche Datenbank es ansteuern soll und es würde eine Exception werfen. Nun können wir die Tabelle erstellen. Wir beginnen mit Futter. Ein Attribut wird wie folgt definiert, Name, Typ, Optionale, Zusätze. Um unsere Attribute direkt einzutragen, schreiben wir diese in Klammern hinter die Erstellung bzw. hinter die Syntax für die Erstellung der Tabelle. Es ist nicht relevant, ob diese direkt hinter dem Befehl stehen, siehe Version 2 oder untereinander, wie in Version 1. Das erste Attribut ist die ID, welche zugleich der Primärschlüssel ist. Ich habe die ID in FutterID umbenannt, damit wir diese später bei den Fremdschlüsseln besser auseinanderhalten können. Für ID ist es also FutterID int primary key autoincrement. Da es der primary key ist, habe ich ihn hier auch direkt so definiert. Bei einem zusammengesetzten primary key ist eine andere Syntax vonnöten, diese zeige ich in einem späteren Video. Da ich möchte, dass die ID von alleine hochgezählt wird, habe ich noch autoincrement hinzugefügt. Wenn wir weitere Attribute hinzufügen wollen, dann schreiben wir am Ende des Befehls ein Komma. Als nächstes haben wir die Bezeichnung. Da habe ich den Typ warchar in einer Länge von 300 festgelegt, damit auch längere Bezeichnungen eingetragen werden können. Da immer eine Bezeichnung vorhanden sein muss und diese nicht doppelt vorkommen darf, habe ich hier die constraints not null und unique hinzugefügt. Das war schon die erste Tabelle. Weiter geht es mit den Pferden. Hier habe ich den gleichen Aufbau wie bei Futter. Der einzige Unterschied ist beim Attribut alter, denn es gibt den Befehl alter. Deswegen habe ich es jetzt umbenannt in Geburtsdatum. Bei Geburtsdatum habe ich daher den Datentyp auf Date geändert. Somit haben wir create table if not exist Pferde, PferdeID int primary key autoincrement, name varchar300 not null unique und Geburtsdatum date not null. Nun bleibt noch die letzte Tabelle mit Rasse über, welche nach dem gleichen Muster erstellt wird. Create table if not exist Rasse, Rasse ID int primary key autoincrement, Bezeichnung varchar300 not null unique. So damit hätten wir die Entitätstypen mit deren Attributen in SQL bzw. in SQL Befehle übersetzt. Hast du noch Fragen zu der hier gezeigten Syntax, dann schreib sie unten in die Kommentare. Das ist auch was zu generischen Befehle übersetzt. Wir haben in der Halter habe, was wir mit B coucher zu kaufen.